Unsere Gastgeberin im September erwartet eine Serie, die sich eigentlich nicht in unserem Programm befindet. Unsere Gastgeberin im September haben die Wahl des Gastgeberin-Programms aus dem neuen Tupperware-Katalog. Da fragen Sie bitte Ihre Tupperware-Beraterin nach oder Sie nehmen die Auswahl für unsere Gastgeberin im September. Für unsere Gastgeberin im September kommt eine Serie zurück, die heißt Allegra in den neuen Farben Lachs, Weiß. Fängt es an für die Gastgeberin ab 250 Euro, ob Sie sich entweder das Programm für die Gastgeberin aus dem Katalog für 250 Euro, oder wenn die Eidgenossen 1,7 Liter oder die Allegra-Perle mit einem Deckel nutzen möchten. Der Deckel verschließt sich so, dass Sie das zum Beispiel auch vorbereitet in den Kühlschrank reinstellen können, auf den Tisch stellen können, ohne dass dann gleich mal angeladene Gäste kommen. Und wenn Ihre Gäste da sind, nehmen Sie den Deckel einfach ab. Die Perle eignet sich hervorragend, wenn Sie sagen, Sie möchten Kleinigkeiten hier für Vorspeisen reingeben. Allerdings auch für Dip-Varianten wäre es eine sehr schöne Möglichkeit, um das hier mit reinzugeben. Oder Sie setzen hier für die kalte Jahreszeit hier vier verschiedene Plätzchen mit rein und können für Ihren Adventskaffee, man kann es ja nie schon früh genug vorbereiten, für Ihren Adventskaffee zur Verfügung stellen. Dann haben Sie die 50%-Aktion, nehmen Sie sich ein Produkt 50% günstiger aus dem Katalog. Da fragen Sie bitte Ihre Beraterin, wie das funktioniert. Und ab 450 Euro dürfen Sie dann sich die Allegra-Serie ergänzen. Die Allegra-Serie 5,0 Liter gehört Ihnen, wenn Sie 450 Euro und eine neue Party vereinbaren. Auch da bitte die Modalitäten bei Ihrer Beraterin nachfragen. 5 Liter Fassungsvermögen, festverschlossener Deckel, den Sie zum Beispiel auch hier draufsetzen. Ich halte immer eine Seite fest. Mit den anderen Handflächen gehe ich jetzt hier rundherum. Dazu gehört bei 450 Euro die sogenannte Schale. Die Schale hat den Effekt, dass man einmal das Sieb hat, das Sie rausnehmen können, um zum Beispiel das Obst abtropfen lassen. Dann setzen Sie es wieder ein. Sie haben einmal die Möglichkeit, dass es sich komplett einsetzt. Oder Sie sagen, es sind noch vom Waschen ein paar Tropfen Wasser übrig. Dann setzen Sie es bitte so rein. Dann haben Sie so einen Zwischenraum und können es zum Beispiel nutzen. Ist es im September nochmal schön heiß, dann machen Sie doch im Zwischenraum ein paar Eiswürfel rein. Hier kleingeschnittenes Obst oder was Sie kühlen möchten, in das Sieb mit rein. Und dann können Sie das Ganze auch hier so als kleinen Eiskügelbehälter bestens mit nutzen. Ab 700 Euro wählen Sie bitte Sterne aus Ihrem Katalog. Oder Sie entscheiden sich für ein Set, was man immer gebrauchen kann. Eine Grundausstattung an unseren runden Kühlschranktransportbehältern. Das Clarissa-Set ist in diesem Set mit drin. Unsere große Hitparade, unsere kleine Hitparade. All das ist das Gastgeberin-Programm im September. Weitere Informationen erfahren Sie von Ihrer Beraterin. Die kann Ihnen dann auch sagen, was die Auswahlmöglichkeit ist für Sie, wenn Sie sagen, Sie möchten lieber das Programm aus dem Katalog mithaben. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg auf Ihrer Party.